moin moin und herzlich willkommen zurück to the forest wir werden jetzt hier noch mal ein bisschen weiter kunden vor allem auf keine ahnung wie tief wir jetzt eigentlich unter der erde sind hier und auch keine ahnung ob wir da gleich nochmal irgendwie attackiert werden ich hoffe nicht und ich hoffe das werden wir auch irgendwie überleben wollen es kommt mir jetzt auch echt immer gruseliger vor da ist ein musiklaus da sind mehrere musikläuse glaube da werden wir kaum überleben wie viel hat er noch 13 da ist einer und hier ist einer keine ahnung wie viele da noch kommen wie viel brauchen wir für bomben oder was braucht man nochmal sprengstoff wir haben zwei dann können wir auch nur zwei machen dann brauchen wir noch zwei davon zwei davon und wird uns noch das hier dynamit haben wir zur not auch noch mal so 41 pfeile haben wir jetzt wir machen uns nochmal ein paar so was brauchen wir da genau federn und dann können wir nicht mehr noch mehr machen 50 pfeile warte mal wenn die ja genau 1 2 3 4 5 und 1 2 3 4 5 und dann hier 1 2 so müssen wir so machen jetzt hat jetzt alle verbraucht oder was jetzt hat er jetzt alle verbraucht oder was hier muss die musikläuse hin da hinten ist einer wir schauen dass wir vielleicht da irgendwie hochkommen ohne entdeckt zu werden oder irgendwo doch noch erhöht irgendwo hinkommen hier ist perfekt wo genau sind wir jetzt am eingang dieser riesen höhle und dann geht es hier noch irgendwo hin weiter und da hinten noch gibt es ein bisschen was interessant jetzt ist die frage wo sind die musikläuse wo sind sie hin ich log die mal an irgendwie hoppla ich log die mal da hin da ist einer naja ich glaube ich wechsel mal ja nicht auf die sportpfeile sondern auf die hier da ist einer oh da sind Babys. Hä? Worum geht Moschiklaus hin? Äh? Okay, treffe ich anscheinend nicht. Hä? Wie viel habe ich jetzt noch? 42. Okay, da ist Wasser, dann können die nicht hier hin. Da muss ich schon da hin. Alles klar. Kannst du in Not nochmal eine Knochenrüstung machen? Ja, aber das mit Alkohol packt mich jetzt richtig ab, dass ich jetzt alles quasi weggeschmissen habe. Nicht da haben wir noch was craften? Nö. Kombinieren. Klebriger Sprengstoff, Kopfbombe. Ah? Okay. Ähm. Komm, ich kombiniere das mal damit. Erst einmal. Ich glaube, uns bleibt keine andere Bar. Da ist irgendwo ein Baby, das zu mir will. Kann das sein? Komm. 1 2 3 ich glaube wir haben keine andere wahl als dahin ich rüste den hier mal aus abgültig scheibe bies Scheiß Baby, springen alle auf mich zu. Aua. Das ist jetzt meine Chance. B... Oh! Aua! Ähm... Aua! Aua! Weißt du was? Scheiß, was drauf? Um ja, muss ich Klaus? Aua! Ähm... Ja, die Rüstung klinge ich noch. Nice! Ich hab noch B.B.s. Ich hab noch B.B.s. Blame die B.B.s. Ich hab noch B.B.s. Ich hab noch B.B.s. Ich hab noch B.B.s. So, jetzt brauchen wir aber... ...einmal den... ...und jetzt... ...schnell was snacken... ...und trinken. ...nochen... ...haben wir nix mehr. Scheiße! Aber hier liegen noch jede Menge Pfeile von mir rum. Hier war doch irgendwo noch ein Muschiklaus. Und noch ein Baby. Komm her! Ah! Warte mal. Dann machen wir mit dem genau dasselbe Spiel. Nö, jetzt... Ah! Okay, der war... ...der war jetzt... ...miese. Aua! Aua! Schnell, 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 schnell! Medizin. Wo ist Muschi? Oha! Komplette Rüstung weg! Einfach komplett die Rüstung weggesnackt. Aua! Wo ist Muschi? ich glaube dass wir da am meisten sinn machen keine bolzen mehr ja ja wir haben musiklaus auch noch besiegt ja ok welchen weg gehen wir zuerst ich würde sagen vielleicht da hinten erst mal was noch auf dieser ebene ist ich glaube hier irgendwo noch babys wo sind die hin aus dir mache ich eine knochenrüstung mein freund so wo ist dein kollege ja komm so das ist richtung süden da wollten wir erst mal lang aber euch beide nehme ich nun mal hier mal hoch mache aus euch beiden eine schöne knochenrüstung ich glaube der zündet euch auch schon mit an na doch hier werde angezogen nice und wir haben ordentlich an rüstung verloren wir haben alles verloren an rüstung ja komm so neun haben wir wo sind die anderen drei scheiße wenn wir nur eine rüstung anziehen so wo wollten wir hin genau 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 erstmal das da was an dieser ebene noch ist ja wir laufen richtig genau den legen wir schon mal ab hier gibt es nur fische und schädel das ist der weg sagt hier das ist der weg das ist der weg oder ist er da ein bisschen weiter da vorne vielleicht der hier oh vielleicht wäre sinnvoll die Wache wieder aufzurüsten hier ist wieder jemand da geht es auch wieder hoch da unten was oh ja hier gibt es was hier gibt es was und hier gibt es Medizin und Tücher Stoff ah Drinks nice können wir uns eben wieder einen gönnen und einen Snack aber hier gibt es nicht mehr oder ne ne und da wollte ich hin an nur rüstung Oh, wasser, wasser, wasser Aua Aua So, gleich fünf von denen Ne, noch mehr Aua, Aua Aua Ähm Das war's mit den beiden auf jeden Fall Machen wir das so Alter, wie viele sind denn das? Ja, 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 ich merk schon Dann machen wir das so Okay, der ist tot Hey, dann bewegt er sich jetzt Ach, warum muss er sich jetzt bewegen? Ich glaube, ich greife die nicht Nee, lassen wir mal Ach, nee Den wollte ich ausziehen Aber zwei Rüstungen haben wir jetzt verloren Die liegen jetzt da unten Gehörziel Ah, jetzt habe ich den erwischt Ah, nice Ah, nice Aber egal, wir brauchen die Rüstung, die wir jetzt von denen kriegen Die Rüstung Ja, das ist ja Ich glaube, wir brauchen die Rüstung Das ist ja Oh, hier liegen noch jede Menge Pfeile von mir. Auch so viel, wie ich hier einfach verschossen habe. Und so. Schade um die da unten. Die beiden. Aber es waren mir auch einfach zu viele jetzt. So. Eins, zwei, drei. Oh, warte. Wir haben wieder Hunger. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, komm. Du jetzt auch noch fertig. Komm. Komm schon. Ja. Dann können wir hieraus noch mal eine Rüstung machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018